Hallo ihr kreativen Zuschauer! Heute zeige ich euch, wie ich von mir und meinem Schatz ein Mauspad zum Valentinstag gestaltet habe. Erstmal habe ich ein Mauspad benutzt, was mir freundlicherweise die liebe Moni, eine Zuschauerin, geschenkt hat. Deshalb behalte ich das Mauspad auch für mich selber und schenke es nicht meinem Freund. Ich habe eine Farbpalette genommen und natürlich auch zur Grundierung eine schöne weinrote Farbe. Acrylfarbe ist das, dann habe ich verschiedene Pinsel in unterschiedlichen Stärken. Ein Kohlestift, um wollte ich erst versuchen halt mit Kohle drauf zu zeichnen, ist nicht geglückt. Und ja, ein Aquarellblock und dann geht es los. Viel Spaß bei meinem Video! Junge vor Plein 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis bald, eure Bastelratte Ibi.